Was soll ich später mal werden? Manchmal glaube ich, das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ich möchte was machen, was mir Spaß macht. Aber geht's im Leben eigentlich immer nur um Spaß? Was ist eigentlich das, was ich vom Leben will? Ich möchte die Welt entdecken, Neues kennenlernen und Kompliziertes verstehen. Ich will Probleme lösen und Herausforderungen meistern. Und dabei will ich immer ich selbst bleiben. Technik finde ich interessant. Nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzen, sondern selber Dinge herstellen. Das Ergebnis meiner Arbeit in den Händen halten, das wäre cool. Und heutzutage gibt es ja auch immer mehr Mädchen in technischen Berufen. Ich interessiere mich für die gleichen Dinge und bin sicher, ich kann das alles mindestens genauso gut wie die Jungs. Eine Ausbildung zu machen hat viele Vorteile. Ich lerne total viel, ich kann super viel ausprobieren und selber machen und ich verdiene dabei auch noch Geld. Und am Ende habe ich dann einen Abschluss in der Tasche, mit dem ich in Zukunft sehr gute Aussichten auf den Job habe. Ausbildung gut, Zukunft gut, alles gut. Ausbildung gut, Zukunft gut, alles gut. Ausbildung gut, Zukunft gut zu machen, können wir auch für die Julie. Ausbildung gut, impose Augen, muss es sein b optimal.